Bei den Saarlouis Hornets sind wir. Guten Tag, grüß dich, hallo! Servus! Magst du dir mal ganz kurz vorstellen? Hallo, ich bin der David und bin hier für die Social Media und Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit bei den Saarlouis Hornets zuständig. Erklär mal kurz die Saarlouis Hornets. Wer genau seid ihr? Wir sind, ich würde mal sagen, der größte Baseballverein im Saarland. Wir spielen in der ersten Bundesliga zurzeit, das ist unsere höchste Spielklasse, die wir zurzeit haben. Wir haben aber auch für die Damen im Softballbereich eine Abteilung, die quasi an Baseball angelehnt auch was zu bieten hat. Soviel für Jugend und für jeden anderen, der das ausprobieren möchte, haben wir auch natürlich eine Abteilung. Genau, und ihr seid ein ganzer Verein, ein großer Verein, deswegen bist du auch nicht allein. Hier ist noch jemand, grüß dich, guten Tag! Servus, hallo! Stell auch du dich kurz bitte vor. Ich bin Florian, ich bin Teamcaptain der ersten Bundesliga-Mannschaft und ja, ich stehe hier zur Frage und Antwort. Sehr schön! Baseball ist jetzt nicht unbedingt die klassische Sportart, die man hier im Saarland spielt, oder? Ja, nein, es ist nicht wie Fußball, nicht so populär, muss man auch sagen, aber es ist actionreich und macht Spaß und es ist mein Lieblingssport, seit ich klein bin. Ja, wäre direkt meine Frage gewesen, seit wann spielst du denn? Ich spiele jetzt seit ich 13, nee, 11 bin. Vorher hatte ich auch mit Fußball probiert, war nicht so meins und bin dann zum Baseball gekommen. Ok, ok, wie kommt man drauf? Damals war ein Amerikaner bei uns in der Schule, in der Grundschule, der hat das bisschen vorgestellt im Sportunterricht und fand ich direkt interessant und da bin ich dann drüber gekommen. Das ist direkt eine spannende Frage, wie lange gibt es denn den Verein überhaupt schon? Also den Verein gibt es ja jetzt seit 1992, wie gesagt, der ist entstanden quasi ganz ursprünglich auch im Völklinger Raum. Dann gab es die Lokomotive Bus, so viel wie ich weiß und dann irgendwann hat man sich entschlossen, hier im wunderschönen Saarlouis ein tolles Feld jetzt aufzumachen und quasi den Verein hier nach vorne zu bringen. Auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Geschichte und ja, ich habe es ja eben schon gesagt, es ist nicht unbedingt jetzt die, wahrscheinlich die erste Wahl, die man hat bei Sportarten und die man in der Freizeit bringen kann, aber ja, hier in Saarlouis kommt das richtig gut an. Ja, auf jeden Fall, also wir haben Jugendschüler, wir haben Softball, wir haben erste, zweite, dritte Mannschaft, also wir haben genug Spieler und Leuten, denen es Spaß macht. Erklär mal jetzt für die Leute, die sich so gar nicht mit auskennen. Bundesliga, das hört sich auf jeden Fall schon mal verdammt, verdammt groß und wichtig an. Ja, die Bundesliga kann man nicht vergleichen mit Fußball, muss man sagen. Zeitaufwendig ist sie trotz alledem. Weite Wege zu den Spielen haben wir auch, viel Training und es ist in Deutschland mittlerweile auch eine gute Liga. Also man kann sich sehen lassen im Vergleich zu Holland, die zum Beispiel sehr gut sind in Europa. Deutschland wird recht gut im Moment, ja. Ich glaube, ihr müsst euch, ihr müsst uns gleich mal ein bisschen euer Spielfeld zeigen. Ich zeige es mal kurz, im Hintergrund ist es nämlich schon. David hat es ja gerade eben gesagt, hier wurde hier auch extra angelegt und hier findet auch heute euer Training statt. Genau, die erste Mannschaft trainiert hier quasi dreimal die Woche mindestens. Heute ab 17.30 Uhr fängt quasi das reguläre Training der ersten Mannschaft statt. Wenn jemand Lust hat, natürlich in der zweiten, dritten Mannschaft oder in der Jugend gibt es halt die Termine bei uns auf der Homepage. Beziehungsweise für die zweite Mannschaft ist es jeweils Montag und Mittwoch ab 18 Uhr bis 20 Uhr. Und für die Jugend ist es, glaube ich, jetzt heute auch zeitgleich, die fangen ein bisschen früher an, hinter mir auf dem Softballfeld, weil wir haben insgesamt zwei Felder hier zur Verfügung. Und die Damen, die Softball-Damen trainieren auch montags und mittwochs auch von 18 bis 20 Uhr. Das heißt, Softball wird nur von Damen gespielt? Genau, entweder von Damen oder halt, es gibt noch diese Mix-Variante, wo quasi Männlein und Weiblein zusammen da spielen. Aber grundsätzlich ist Softball rein für die Frauen, ja. Und im Baseball, wie sieht es da aus? Dürfen da auch die Damen mitspielen? Theoretisch ja. Deutschland ab der DBV-Liga, also der Deutschen Baseballverband-Liga, das ist Erste Liga bis Regionalliga, dürfen sie dann nicht mitspielen. Alles, was drunter ist, praktisch SWBSV, das heißt Südwestverband, da darf man als Frau auch mitspielen. So, jetzt aber spannend, weil ich muss zugeben, ich habe von Baseball-Regeln vor allem so gar keine Ahnung. Wollt ihr uns vielleicht mal kurz euer Spielfeld zeigt und vielleicht so ein paar Dinge erklären, was man wissen muss über Baseball? Ja, gerne. Können wir machen. Ja, und schon sind wir quasi mitten drauf auf dem Spielfeld. Erste Frage, darf man denn hier diesen Rasen über betreten oder ist er genauso heilig wie beim Fußball? Ne, man darf ihn betreten. Heute auf jeden Fall für euch machen wir eine Ausnahme. Das ist ja wunderbar. Ich würde sagen, du musst jetzt einfach mal anfangen, Baseball zu erklären für jemand, der wirklich gar keine Ahnung hat. Ja, okay. Also das Ganze fängt an mit diesem kleinen Ball. Er ist natürlich ein bisschen älter. Auf diesem Hügel, der jetzt gerade abgedeckt ist, steht der Pitcher. Ja, also man könnte ihn mit als Werfer bezeichnen, so würde man sagen. Der Werfer versucht den Ball zum Schlagmann zu bringen. David hat den Schläger dazu in der Hand. Derjenige steht hier auf dem Bereich der sogenannten Better's Box, ja, so dem Schlagmal, dem Schlagabschnitt und versucht den Ball ins Spiel zu bringen. Jetzt stehen mit dem Pitcher zusammen verteidigende Spieler auf dem Feld. Die haben dann den Handschuh hier, versuchen damit dann den Ball aufzunehmen, entweder aus der Luft zu fangen oder vom Boden aufzunehmen und an die jeweilige Base zu werfen, wo der Schlagmann hinrennen möchte. Wir haben drei Bases, insgesamt vier mit der Homeplate. Der Schläger oder der Schlagmann versucht dann jeweils das Feld einmal zu umrunden, berührt diese Base, hat er das geschafft, ohne dass der Ball vor ihm da war, wie beim Brennball praktisch, ist er sicher und kann auf den nächsten Schlagmann warten, der ihn versucht weiterzubringen. Und desto weiter der Ball geschlagen ist ins Feld, desto besser natürlich, weil dann hat man mehr Zeit, die Bases zum Runden versucht, so weit wie möglich zu kommen und hat man es schließendlich geschafft, einmal wieder da anzukommen, wo man gestartet ist als Schlagmann, hat man einen Punkt erzielt. Grob gesagt, es ist natürlich ein bisschen mehr hinten dran, aber... Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich ganz simpel. Man kann es mit Brennball vergleichen. Es gibt natürlich viele kleine Regeln, aber die lernt man relativ schnell, wenn man sich ein Spiel anguckt. Wahrscheinlich wäre es dann doch zu kompliziert, um das in der Kürze einfach mal zusammenzufassen. Aber nein, es war eine gute Zusammenfassung. Man schlägt, man läuft los und muss gucken, dass man vor dem Ball an der Base ist. Richtig, genau. Ganz einfach. Wie viele Personen gehören zu einem Team? Also, wie gesagt, das Rooster ist quasi unterschiedlich. Grundsätzlich sollten es neun Spieler sein, mit Pitcher. Und dann ist es natürlich, im Laufe des Spiels hat der Coach verschiedene Varianten, indem er zum Beispiel den Werfer, also den Pitcher, quasi auch nochmal rausnehmen kann und ersetzen kann. Weil, wie man sich einfach vorstellen kann, wenn du zwei Stunden wirfst, irgendwann geht es natürlich tatsächlich in die Arme. Und dann ist es immer gut, wenn man da nochmal einen frischen Mann hat, der nochmal rein kommt und wirft. Zwei Stunden? Das heißt, wie lange dauert so ein Spiel? Das ist ganz unterschiedlich. Also, genau gesagt neun Innings, das sagt den meisten jetzt gar nichts. Das sind neun Spielabschnitte. Ein Inning besteht praktisch daraus, dass ein Team einmal in der Offensive war und einmal in der Defensive. Danach ist ein Inning vorbei. Grob gesagt, mit zwei Stunden sollte man rechnen. Es kann natürlich schneller gehen. Es kann aber auch sehr lange ziehen, weil es gibt keinen Unentschieden im Baseball. Also es wird immer einer gewinnen? Es wird immer jemand gewinnen. Nach dem neunten Inning wird ein extra Inning drangehangen. Wer nach diesem Punkt einen Punkt reingebracht hat, hat gewonnen. Wenn das nicht passiert ist, wird das elfte drangehangen und so weiter. Und ich habe letztes Jahr in Amerika ein Spiel geguckt, in Miami. Das ging 17 Innings. Ich glaube dreieinhalb Stunden. Ist aber eine Seltenheit. Passiert nicht so oft. Wow. Okay. Das heißt, man kann vielleicht auch hier mal so ein drei, vier, fünf Stunden Spiel hier in Salu erleben. Definitiv. Definitiv. Ist auch schon tatsächlich vorgekommen. Auch letzte Saison. Aber unser Catering hat ja einiges zu bieten. Dementsprechend können sich die Leute auch mit Getränken und Essen und etc. versorgen. Also verhungern während diesen drei Stunden auf jeden Fall keiner. Und ich sage immer, desto länger das Spiel geht, desto spannender wird es. desto ausgeglichener ist es ja auch meistens. Und dementsprechend steigt halt die Spannung und man merkt halt richtig das Kribbeln mit jedem Inning, dass man später kommt, dass das dann halt steigt. Heute findet ja erstmal hier euer Training statt. Die Spiele finden immer am Wochenende statt bei euch? Grundsätzlich schon. In dieser Saison haben wir jetzt die Besonderheit dadurch, dass die Europameisterschaft in Deutschland stattfindet. In Bonn und in Solingen. Dementsprechend ist die Saison ziemlich kurz. Das heißt, wir fangen ja, wie du merkst, halt auch schon relativ früh an. Es ist noch nicht das optimalste Wetter, das man sich vorstellen kann. Aber wir fangen quasi jetzt im März an. Und das letzte Heimspiel offizieller Saison vor den Playoffs, Playdowns, ist glaube ich Ende Juni schon. Dementsprechend ist es halt quasi doch relativ kurz die Saison. Auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spannend. Auch mal eine andere Sportart. Du hast jetzt gesagt, du hast ja schon relativ jung mit Baseball angefangen. Kann man denn jederzeit bei euch einsteigen in den Verein? Klar, jederzeit. Also die meisten Jungen oder Eltern bringen ihr Kind, wenn sie hier im Verein sind, mit drei ungefähr rein. Das ist dann T-Ball. Das ist dann eine ganz, ganz abgeschwächte Version. Bringt die ans Werfen und ans Schlagen ran, macht aber auch ultra Spaß den Kindern. Wir haben aber auch Leute, die fangen mit 40, 45, 50 nochmal an. Das ist das Beispiel ich. Also ich habe bis vor drei Jahren, weil ich halt beruflich sehr viel unterwegs und konnte meine Leidenschaft zum Baseball leider nicht körperlich ausfüllen. Vor drei Jahren habe ich selber angefangen zu spielen und jetzt dann mit 33, 34 versuche ich trotzdem noch der Mannschaft irgendwelche Impulse zu geben. Also deshalb also für jeden auf jeden Fall was dabei. Für alle, jung, alt, Frau, Mann, egal. Wir sind alle herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der das mal ausprobieren möchte und Teil der Familie sein möchte. Aber nicht nur das. Man kann euch natürlich auch hier zuschauen, wenn ihr spielt. Genau. Also zuschauen sehr gerne. Also auch die erste Bundesliga, wie gesagt, findet immer Samstag statt. Immer meistens so ab 12 Uhr. Dadurch, dass wir zwei Spiele hintereinander immer haben, um halt quasi Reisestrapazen beziehungsweise auch den Geldbeutel der Teams ein bisschen zu schonen, finden immer beide Spiele an einem Tag statt. Mit einer 30 Minuten Pause. Und wie gesagt, alle Infos, ihr könnt uns gerne auf Facebook folgen, Instagram oder halt auf unserer Homepage. Da stehen alle Daten quasi drin. Und von denen, wer sich das quasi eine Etage tiefer oder zwei, drei Etagen tiefer angucken möchte und gerne auch mal die zweite Mannschaft supporten möchte, der ist auch herzlich eingeladen. Da ist der Eintritt frei. Und für die erste Mannschaft kostet der Eintritt für ein Spiel 5 Euro. Was quasi in Bundesliga, Leistungssporten ein sehr, sehr fairer Preis ist, wie wir finden. Und Saisonkarte, also für alle Spiele auch die Playoffs, Playdowns 25 Euro. Kann man nicht sagen, Superpreis. Das ist nicht nur ein Superpreis, das ist ein mehr als fairer Preis, würde ich sagen. Und man hat auch dann die Möglichkeit, hier, ihr habt hier ein paar Tribünen. Da kann man gut sitzen. Auch hier hinter dem Netz sind Möglichkeiten, sich das ganze Spiel anzuschauen. Und ihr habt mir verraten, von hier herrscht richtig, ja ich sag mal fast schon Camping-Stimmung. Weil hier dieser Platz ist dann voll mit Liegestühlen, Bänken, allem Möglichen. Und hier kann man dann echt mit bestem Ausblick das Spiel verfolgen. Genau, also wie gesagt, jeder ist eingeladen, seine eigene Sitzmöglichkeit, Camping-Ausrüstung mitzubringen. Das einzige, was sich jeder irgendwie gewahr sein muss, fliegende Bälle. Das sind ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor. Ja, also selbst wenn es mal bei ein, zwei, drei Bierchen bleibt, sollte man trotzdem immer so ein Auge auf dem Spielfeld haben, wo der Ball dann hingeht. Beziehungsweise auch zuhören, wenn einer ruft, Heads up! Ja, dann auf jeden Fall mal gucken, einen Blick in die Luft werfen, um zu gucken und nicht eventuell der Ball in deine Richtung kommt. Ja. Die Sprache hier beim Training oder auch beim Spiel, die ist dann wohl Englisch für euch? Nur Englisch, ja. Also wir haben einen englischen Trainer, wir haben Spieler aus Puerto Rico, aus Venezuela. Wir müssen Englisch reden, um zu verständigen. Es ist im Baseball auch relativ normal, also der Schiedsrichter redet Englisch. Für die Zuschauer wird das kein Problem sein, das sind zwei, drei Begriffe, die man sich schnell merken kann. Aber ich habe hier auch Englisch gelernt durch den Sport und jeder, der kommt, wird auch in Englisch besser werden. Das kann ich versprechen. Jetzt sieht man mal noch ein Vorteil, warum Baseball ein toller Sport ist. Wir haben gerade eben gehört hier, Heads up! Verletzungen schon mal gehabt? Ich habe mich tatsächlich schlimmer verletzt beim Hobby-Turnier-Fußball damals. Da war ich schon zwei, drei Wochen raus und konnte nicht mehr im Baseball trainieren, was ziemlich blöd war. Aber, ja, blaue Flecken, aber viel schlimmer auch nicht. Man hat mal Schulterschmerzen nach dem Werfen, aber... Aber der Sieg macht es dann wieder wett und lässt einem die Schmerzen schnell vergessen, weil dann weiß man, wofür es sich gelohnt hat. Ja, auf jeden Fall, erklärt nochmal ganz kurz die Saloui Hornets. Wo findet man euch den besten? Wie gesagt, am besten Facebook und Instagram. Saloui Hornets einfach eingeben, da finden wir uns direkt. Auch auf unserer Homepage www.saloui-hornets.de Und für sämtliche Anfragen, wenn einer mal, keine Ahnung, mal anfragen möchte, über wann er vorbeikommen kann, für zum Beispiel für die zweite Mannschaft fürs Training, kann er gerne eine E-Mail an baseball-saloui-hornets.de schicken. Für softball ist es dann softball-saloui-hornets.de und für Jugend, wer wundert's, jugend-saloui-hornets.de. Ansonsten einfach Saloui Hornets merken. Ist vielleicht am einfachsten, irgendwo auf eine Suchmaschine gehen, da wird man euch garantiert finden. Hundertprozentig, hundertprozentig. Also wie gesagt, wir sind online sehr aktiv, versuchen unsere Community weiter auszubauen und freuen uns auch über euch, dass ihr uns quasi auch hier die Möglichkeit bietet, uns quasi unserem Verein und auch den Sport allgemein. Ja, weil im Saarland ist es den meisten Teil nicht bekannt. Wir haben hier noch die Saarbrücken River Bandits, wir haben noch die St. Inbert Red Devils, auch als Baseballvereine, die hier noch existieren. Natürlich ist Saloui mit seiner Strahlkraft der ersten Bundesliga gegenüber den anderen ein bisschen ein Vorteil. Wir haben auch hier mit Abstand also wirklich ein wundervolles Feld, das letztes Jahr hier auch mit eigener Kraft umgebaut wurde. Und dementsprechend freuen wir uns einfach über alle, die Lust daran haben, am Vereinsleben teilzunehmen und das Ganze mal auszuprobieren. Und hier ist noch ein Spieler, der Saloui Hornets. Grüß dich! Hallo! Magst du dich mal kurz vorstellen, bitte? Ja, ich bin der Maximilian Raber. Ich spiele bei den Saloui Hornets jetzt schon seit knapp 20 Jahren. Und ja, bin schon ein langes Mitglied. Axel, auch an dich die Frage, wie kommt man auf Baseball? Bei mir war es eher zufällig. Mein damaliger bester Freund hat Baseball gespielt, der jetzt nicht mehr Baseball spielt und ich bin dabei hängen geblieben sozusagen. Und die Liebe zum Spiel entdeckt und seitdem hier gewesen. Was ist denn für dich so das richtig, ja was würdest du sagen, Baseball ist geil, weil? Vor allem ist es, weil es eine schöne Mischung ist aus Teamsport und Einzelsport. Man kann sich nicht verstecken. Irgendwann muss jeder am Schlag stehen und sich mit dem Pitcher messen. Und es ist halt ganz viel, was mental entschieden wird. Das muss ein bisschen genau erklären. Als Beispiel, wir hatten letzte Saison eine sehr durchwachsene Saison, würde ich sagen. Aber dieselbe Mannschaft, die, sag ich mal, gegen die niedrigeren Vereine verloren hat, hat gegen den besten Pitcher der Liga zu dem Zeitpunkt zwei Spiele gewonnen. Also auch da merkt man, es ist einfach eine Einstellungssache. Es ist einfach alles drin beim Baseball. Richtig. Also wir können gegen die schlechtesten Mannschaften verlieren und gegen die besten gewinnen, solange wir unser bestes Baseball spielen. Ein bisschen Glück gehört natürlich immer dazu, aber es ist alles möglich im Baseball. Wie ist es vom Zeitaufwand her, sowohl die Trainings, aber auch die Spiele? Es kommt ganz darauf an, wie professionell man das Ganze spielt. Die zweite Mannschaft, sag ich mal, ist bei uns nicht so zeitintensiv wie die erste Mannschaft. Bei der ersten Mannschaft, wir haben dreimal die Woche Training, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Und wir haben einen Spieltag, beziehungsweise gegen manche Mannschaften spielen wir auch an zwei Tagen am Wochenende. Aber dafür ist er doch erfolgreich. Das hoffe ich doch mal, das wird die Saison zeigen. Genau, die hat ja gerade erst begonnen. Letztes Wochenende war das. Das heißt, jetzt geht es los. Wie waren denn das erste Spiel oder die ersten beiden Spiele? Die ersten beiden Spiele haben wir, muss man so sagen, ganz deutlich verloren. Es ist nicht so verlaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es waren noch mehrere Abstimmungsprobleme in der Mannschaft. Und dann hat man einfach gesehen, dass wir auch mit wetterbedingt die Vorbereitung wenig Live-Pitching gesehen haben. Das heißt, wir haben wenig Pitches vorher gesehen. Also es waren viele gute Sachen dabei, aber auch noch viele Kleinigkeiten, die nicht gestimmt haben. Und das wird auf dem Niveau direkt bestraft. Also von daher. Das heißt für euch noch ein bisschen mehr trainieren und vielleicht noch ein paar mehr Fans, die euch bei den Heimspielen vor allem besuchen und so richtig anfeuern. Das wäre super. Also wir hatten sehr viele Zuschauer am Wochenende. Mehr können es immer wieder sein. Viele sind gekommen, um uns einfach spielen zu sehen. Es sind viele Familienmitglieder als auch Freunde. Und wir haben neue Personen. Baseball begeistert, wie ich am Wochenende gehört habe. Es waren ein paar Zuschauer da, die sind noch geblieben. Und mit denen haben wir uns dann auch nach dem Spiel noch ein bisschen unterhalten. Das war eine ganz lockere Runde. Wunderbar, Max. Vielen lieben Dank und viel Spaß beim Training. Dankeschön. Ein weiterer Spieler ist hier bei mir, wenn du dich mal kurz vorstellen magst. Ja, hallo. Ich bin der Alexander. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus Saloui. Und bist Baseballspieler. Ja, genau. Erklär mal, wie bist du auf Baseball gekommen? Ich war damals auf dem Knacksfest in Saloui und da hatten die Hornets einen Cage. Und da konnte man halt Probe schlagen und da hat es mir so viel Spaß gemacht. Da bin ich ins Training gegangen und bin dabei geblieben. Und wahrscheinlich war es auch direkt erfolgreich? Ja, am Anfang noch nicht so. Und dann habe ich mich mit der Zeit weiterentwickelt und bin jetzt Spieler der ersten Bundesliga. Da kann man doch schon stolz auf sich sein. Ja. Wie ist der Zusammenhalt in der Mannschaft? Wie ist das hier bei euch? Ja, das ist eigentlich ganz cool. Wir machen auch neben dem Baseballplatz ganz viel zusammen. Und es macht schon Spaß auch während dem Training. Also ist richtig tolle Freizeitgestaltung auch. Ja, genau. Ich habe schon mal den anderen Kollegen gefragt, wie zeitaufwendig das ist. Ist das gut mit dem Job vereinbar auch? Ja, also es ist schon zeitaufwendig. Wir haben dreimal die Woche Training. Daneben müssen wir natürlich noch ins Fitnessstudio gehen und uns anderweitig noch fit halten. Und da wird es halt schon ab und zu stressig mit dem Beruf. Oh, das war jetzt aber interessant. Das heißt, ich sag mal, das Training, Anführungsstriche, alleine reicht nicht aus, um jetzt auch so ein Turnier zu gestalten? Genau. Also wir gehen halt noch regelmäßig ins Fitnessstudio, dreimal die Woche und versuchen uns halt durchlaufen gehen oder anderes Training noch fit zu halten. So, jetzt frage ich dich mal. Was ist das Ziel für diese Saison? Also für mich persönlich, ich möchte mich immer weiterentwickeln, immer besser werden von Jahr zu Jahr. Und mit dem Team möchte ich gerne die Playoffs erreichen. Ihr beiden, bei euch geht jetzt gleich das Training los. Hier nach und nach trudeln sie alle ein. Na, ein paar getraut sich noch nicht, die haben wahrscheinlich ein bisschen Angst vor der Kamera heute. Aber die werden gleich kommen und dann geht es hier los bei euch. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr uns ein bisschen mal Baseball erklärt habt. Zumindest ihr habt es versucht. Ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß und ja, ich sag einfach mal, wir kommen bestimmt wieder. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Dankeschön.